Es steht an. Jeden zwölften Lauf haben wir dabei mit dem roten Helm die Startnummer 14 aus Großbritannien, der Kumperman, Paul Kumpa. Mit der Helmhabe blau dabei, bei Großbritannien die Startnummer Richard Hall. Mit dem weißen Helm haben wir dabei aus Frankreich die Startnummer 8, Chiron, der Sinas. Mit der Helmhabe blau dabei, bei Großbritannien die Startnummer 8, Chiron, und ganz außen mit dem Anbieter. Und dann haben wir wieder die Startnummer 4 aus der Gedanwand mit der URK Kai-Hottenweg.